Ja, die kommen jetzt auf jeden Fall noch mit ins Körbchen. Äh, wo waren wir? 19, 20, 21. Psst, nicht so laut im Wald. Ich habe mich gefragt, ob er die meint da, die da hochkommen, oder die, die hier hochkommen. Es ist... Hallo und herzlich willkommen beim Gartenkanal. Wir sind auf einer weiteren Pilztour im Schwarzwald. Wieder an dem Ort, wo ich mit dem Daniel von der Gartenküche war, wo es komplett eskaliert ist mit den Steinpülsen, falls ihr das Video nicht kennt, und in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, zwei Tage später bin ich natürlich auf eine kleine Nachlese aus und möchte gucken, ob was hochgekommen ist. Nach wie vor ist der letzte Regen jetzt über zehn Tage her. Es erscheint viel, viel zu trocken. Und auch gerade auf dem Fahrweg hier von den Waldarbeitern oder vom Harvestern oder sonst was, ja, haben wir direkt zu Beginn den ersten Fund. Und da haben wir ihn. Ganz kleiner, kerniger, schöner Steinpülz. Der kommt mit. Und gerade eben haben wir schon mal was gefunden. Das möchte ich euch zeigen. Erstfund für mich. Der Gallenröhrling. Der typische Verwechslungspartner. Und ansonsten so Videoinhalt. Ja, Pilze sammeln. Euch viel Spaß mit dem Video. Und Däumchen nach oben nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. So, hier haben wir jetzt mal einen Fund. Erstfund. Nachaufnahmen werden übergeblendet. Der ist der ganz typische Verwechslungspartner vom Steinpülz. Relativ selten. Er ist hier schon so gelegen. Ich habe ihn nicht extra rausgezogen. Und jetzt probieren wir mal, ob der wirklich bitter ist und ob vor allem ich die Bitterkeit hier schmecke. Viele Menschen schmecken das gar nicht. Und? Nach drei, vier Sekunden wird es ordentlich bitter. Das hier ist der Gallenröhrling. Wichtig, Pilze, wenn man die hier probiert, nie runterschlucken. Immer ausspucken. Und auch erstmal vielleicht ein bisschen hier mit den Lippen vorne anfangen. Schmeckt man jetzt hier ganz deutlich raus. Der ist der klassische Verwechslungspartner. Ist es nicht tödlich giftig? oder so, aber der wird ein ganzes Essen definitiv ungenießbar machen. Bleibt natürlich hier. Erstfund für mich. Und ja, ich freue mich drüber. Und vor allem weiß ich jetzt auch, dass ich hier die Bitterstoffe auch wirklich rausschmecke. Auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen, wenn die Pilzen von vor drei Tagen immer noch hier stehen. Schon ziemlich angefressen. Sieht auch oben schon ein bisschen nach Goldschimmel aus. Der bleibt auch hier. Da haben wir einen kleinen Fund. Wenn er es auch ist. Nehmen wir uns einmal forstig raus. Und riech ein bisschen dran. Riecht nach feuchtem Mehl oder Gurkig. Ja, riecht auch noch nach was anderem. Der Mehlräsling, einer der Zeigerpilze für den Steinpilz und unmittelbarer Nähe auf dem Weg war auch einer, hat sich wieder bewahrheitet. Ja, und hier wirklich auf dem Weg stehen sie. Unsere Orchis, die bleiben natürlich da hier. Weitüberständig. Der ist auch wichtig für die Vermehrung hier. Wie ein Krabbeltierchen. Ja, das hier ist schon ein bisschen Trockenheiz- oder Sonnenschaden, aber Moment. Super kernig. Putzen und ab ins Körbchen. Ja, so kann es weitergehen mit den Funden. Und da haben wir schon direkt wieder Nächsten. Das eisen wir heute auch wirklich auf Steinpilze aus, aber die Hexe hier, die können wir eigentlich nicht da lassen. Und die Hexen sind auch dieses Jahr wesentlich weniger matig oder wurmig als die Steinpilze, muss ich sagen. Ja, und es ist wieder absolut. Pilze ernten und weniger Pilze sammeln. Ich zeige euch mal einen Blick ins Körbchen schon mal. So sieht die Geschichte momentan schon aus. Und hier direkt am Weg nebendran drückt sich der nächste Staatskerle hoch. Und Leute, immer wieder die Stelle zumachen. Rausdrehen, abschneiden. Relevante links unten. Wichtig ist, die Stelle bedecken. Gefühlsmäßig ist es ein bisschen weniger als vor zwei Tagen. Es kommen trotzdem schöne neue noch weiterhin hoch. Genau wie wieder hier, direkt auf dem Weg. Ich bin jetzt da steht Chris zehn Meter weiter. Ja, hier, das muss da sein. Aber schaut es euch auch an. Klar, wir haben auch hier wieder klar, auch hier wieder ein klein wenig Fraßschaden von Mäusen, aber auch der wird geputzt und kommt mit. Und da sehen wir es wieder. Pilze bitte im Wald putzen, dann bleiben die Reste auch gleich hier. Und es lohnt sich. Der ein oder andere ist doch stark, wurmig, beziehungsweise madig oder angefressen. Und der nächste kernige Oschi, an dem Chris vorbeigelaufen ist. Und der hier ist jetzt auch wieder ein gutes Beispiel für die Abschneiden- oder Raustrehen-Debatte. Hier gibt es den hier abgeschnitten. Ja, wäre nicht wirklich viel dran gewesen. Und hier haben wir so einen Fall von, ja, schaut mal rein, komplett ausgehöhlt. Der Hut, auch trotzdem leichten Mäusefraß hier. Kommt trotzdem mit. Ja, die Tierwelt freut sich auch über Steinpilze. Und da hockt da drin, der Übeltäter. Ja, und weiter geht die wilde Fahrt. Hier haben wir ein paar Goldröhrlinge stehen. Und direkt dahinter wieder zwei ultrakernige Burschen, die sich hier rausgepresst haben. Und unsere Reste hier kann man auch gleich ein bisschen bedecken. Und wenn es moosiger ist, direkt um das Moos schieben, dann hat alles, was hier Sporen haben könnte, direkt Bodenkontakt. Ungelogen fünf Meter weiter. Das hier. Ich glaube, ein paar von euch werden heute Nacht von mir und den Steinpilzen träumen. Seid ehrlich, wer hat schon von mir geträumt? Gerne Kommentar da lassen. Aber ja, ich werde hier wieder irre. Schauen wir sie uns an. Wow. Und zu dem Thema kleine Pilze, muss man die unbedingt mitnehmen? Die werden auch noch so groß, da haben wir es im letzten Video dazu gesagt und in der Videobeschreibung verlinkt. Direkt am Weg noch mal ein besonderer Fund für euch. Breitblättrige Glucke würde ich jetzt tippen, nicht die Krause. Aber definitiv so oder so auch schon ein bisschen überständig zu alt. Und auch die Käfer vergnügen sich hier schon ordentlich. Ich finde den Steinpilz. Ist bei dem hier nicht schwer. Aber nö, nix aber. Aber der kommt mit. Gedacht, der ist schon ein bisschen weiter. Aber ja, nix aber. Schaut es bei euch allen daheim eigentlich mittlerweile besser aus, was also die Pilzdichte angeht, die Artenvielfalt oder generell, ob überhaupt Pilze da sind. Gerne Kommentar da lassen. Und wie immer, wenn ihr möchtet, eure Region dazu. Ihr müsst nicht eure Sammelstellen verraten. Keine Sorge, aber ich glaube, es ist genug für alle da. Aber einfach so zum Austausch. Ich finde es sehr spannend, denn eigentlich würde ich hier momentan auch keine Steinpilze vermuten und vor allem nicht in der Menge. Info für euch. Wir sind jetzt hier an so einem Mischwaldhang. Wir haben hier ein paar schöne Rotbuchen dazwischen. Ab und zu mal eine Lerche. Natürlich Weißtane und Fichte. Kiefer eher ganz, ganz wenig. Hier im Bereich Laubbäume haben wir jetzt tatsächlich mal seit 10 Minuten keinen Steinpilz gefunden. Aber ich glaube hier im Bereich Moos und Nadelwald wird es jetzt wieder vielversprechender. Hier haben wir unser klebriges Hörnchen. Das ist eine gute Anzeige dafür, dass es im Wald feucht ist. Die allerdings sind schon gut eingetrocknet. Und da haben wir unseren nächsten Anzeiger für den Steinpilz auch in sehr klein. Der Pfefferröhrling, da probieren wir auch ein bisschen. Der ist wirklich richtig, richtig, richtig gut scharf und pfeffrig. Auch als Speisepilz geeignet. Eher als Würzpilz. Richtig gut pfeffrig. Ja, sorry hier für das Ausspucken. Aber es gehört dazu. Und so wird es gemacht. Nicht hier die rohen Pilze runterschlucken. Und am besten gar keine Pilze erst mal so hier mit der Probe probieren, wo man sich sowieso zu 100% unsicher ist. Und die Maron-Röhrlinge kommen so langsam auch überall hoch. Aber was ist das da hinten, wenn ich gerade aufblicke? Könnt ihr es erkennen in der Bildmitte? Ich glaube, es gluckt wieder im Wald. Schaut mal her. Ja, das ist mal eine ordentliche Glucke. Alter Falter. Allerdings hier in der Seite, ja, ja, das sieht nicht mehr so ganz ideal aus. Die lassen wir auch mal hier. Aber den Standort hier merken wir uns. Der Baum hier, dem sie war, der ist schon, ja, der ist schon komplett hinüber. Die sind auch standorttreu. Ähm, kann ich nicht mehr bestimmen. Kiefer, Fichte, was auch immer. Aber den Standort merken wir uns hier mit der. Da kommen wir mal irgendwann hier wieder her. Ja, hier haben wir die Putzspuren von anderen Pilzsammlern gefunden. Was aber nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen ist. Denn da kommt ja auch wieder was hoch ab und zu, wenn es passt. Der sieht doch auch wirklich fantastisch aus. Ich bin überwältigt. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Kommt mal mit vom Weg entdeckt. und es sieht jetzt schon so vielversprechend aus. Hier haben wir Familie Steinpilz und das alles in ja, verschiedenen Stadien. Also der hier, der ist nicht mehr brauchbar natürlich. Der hier, wundervoll. Und der hier hinten, ebenso. Hier sieht man auch schon den weißen Rand hier in der Hutunterseite. Übergang zu den Röhren vom Fichtensteinpilz. Und wow, da können wir wieder sehr, sehr zufrieden sein. Und dahinter ist der nächste. Und da drückt sich schon der nächste Prachtkerle hoch. Wow, das ist ja unglaublich. Da haben wir mal wieder so einen Fund, wie sich auch der Daniel von der Gartenküche wünscht. Paar Steinpilze auf einen Quadratmeter. Ja, unglaublich, unglaublich, wirklich. Aber wenn ich so einen Korb mal schaue hier, da kann man mit zwei Stunden im Wald echt zufrieden sein. Und da haben wir auch noch mal was entdeckt. Der ist noch bedeckt. Aber wenn wir mal drunter schauen, reicht schon, oder? Der bleibt hier. der Hut springt auch nicht mehr nach. Er muss so fest sein, dass hier ein Messer drauf hüpfen kann, würde Opa sagen. Was gibt es sonst noch so für Funde? Was haben wir gesehen? Was ihr jetzt noch nicht gesehen habt? Einen Haufen, wirklich ein Haufen Perlpilze. Und da würde mich auch eure Meinung interessieren. Es gibt ja auch Pilz-Youtuber, die stehen auf Perlpilze. Ich habe noch nie einen Perlpilz gesehen oder gefunden. Nicht komplett mad. Ich war von unten hoch. Und so schmecken tun die auch nicht so toll oder arg, oder? Also ich bleib bei denen hier. Hier so gesät auf dem Zwischenweg kommen Tintlinge hoch. Bei den meisten denke ich sehr bekannt ist der Schopf-Tintling. Erkennt man dann, wenn die so komplett schwarz hier werden. Beginnen bei den Lamellen. Das hier ist aber nicht der Schopf-Tintling. Der hier tut hier so ein bisschen glimmen, wenn man es auf dem Hut erkennen kann. Oder hat hier so Glimmerstückchen. Nenne ich sie mal. Das ist der Glimmer-Tintling. Der Chris hat einen 360-Grad-Kanal. Den verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Da wird es auch ein kleines Video geben zum Thema Pilze sammeln. Der hat mir jetzt die Kamera da oben hingestellt. Und irgendwo da sind Pilze, habe ich gehört. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also Leute, ich habe mich Psst, nicht so laut im Wald. Ich habe mich gefragt, ob er die meint da, die da hochkommen oder die, die hier hochkommen. es ist, es ist, es ist, es ist, der, irre, 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 irre. Da auch. Maxi, alles. Da auch. Überall, überall. Ähm, ich muss es euch kurz zeigen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, der liegt zwar schon, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, und da oben geht es weiter. Moment, das bleibt jetzt ungeschnitten hier drin. Sechzehn, siebzehn, achtzehn, die habe ich von unten gesehen. Ist aber auch nicht schwer. Äh, wo waren wir? Neunzehn, zwanzig, einundzwanzig. Das machen wir mal einen kurzen Bogen. So, und hier geht es weiter. Zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, vierundzwanzig, fünfundzwanzig. Und, ich habe jetzt mal Überstrengung dazu gezählt. Weiter zähle ich nicht. Ich kann nicht weiter zählen in Steinpilzzählweise. Ja, lasst einen Kommentar da. Ich weiß nicht, ich kann es nicht mehr kommentieren. Ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Glückspilz vielleicht? Vielleicht. Wow. Oh, wow. Schön fest noch, auch wenn die ein bisschen ins gelbliche Ritz gehen. Denn erst mal heute Abend. Wow. Ja, wow. Ja, die kommen jetzt auf jeden Fall noch mit ins Körbchen. Der da auch? Ja. Wahnsinn. Mir fehlen echt die Worte. Komplette Steinpilzeskalation. Die putzen wir jetzt gleich, dann kommt die ins Körbchen. Ihr kriegt noch ein Bild ins Körbchen. Und so sieht es im Körbchen aus. Ich bin hoch zufrieden. Wir haben genug. Ich glaube, es gibt einfach jetzt auch keinen besseren Moment, das Video zu beenden. wir hätten jetzt hier komplett vollhauen. Und sicherlich, ich will gar nicht wissen, was da noch hier links in die Richtung ist. An anderen Pilzsammlern und dem Wald in der Natur wollen wir natürlich auch was übrig lassen. Grundsätzlich jetzt von mir vielleicht nochmal so der Aufruf, wirklich gewissenhaft sammeln, auch wenn es hier für manche nicht so wirkt, hauptsächlich aufgrund dieser Abschneiden- oder Rausdrehen-Debatte. Meine Meinung ist, und auch die vieler Fachleute, rausdrehen und abdecken, zudrücken, ist die schonende oder die bessere Variante. Wie seht ihr das? Gerne wieder eure Meinung dazu. Und ja, der Appell, ich weiß nicht, geht raus, geht in den Wald, genießt die Natur, erfahrt das Ganze hier, was hier auch ein Geräuschkulisse ist, die Gerüche, der Duft, alles. Und ja, klar, wenn man Pilze findet, ist es die Krönung. Aber auch so, ihr kennt ja auch die anderen Pilz-Videos, wo es mal ein bisschen weniger gab, immer wieder eine Erfahrung wert hier im Wald, immer eine schöne Sache. So, in dem Sinne noch eine kleine Botschaft von mir zum Schluss. Ansonsten geben wir jetzt wirklich die Worte aus. Hier habe ich eine kleine Zecke. Nicht zu viel auf dem Boden rumsitzen. Wenn das Video euch gefallen hat, gerne Däumchen hoch, Kanal abonnieren, Video gerne teilen und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch ganz viel Erfolg bei euren Projekten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.